Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 18. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1301 und es ist gerne eine Postmeldung reingekommen, dass morgen ein Paket ankommt. Wie schön das doch ist. Ja, was haben wir heute? Google Stadia wird eingestellt. Ich habe aber noch ein anderes Google-Thema. Ich habe noch Netflix, ich habe Philips Hue, ich habe Apple Car, ich habe MacBook Pro, ich habe MacBook Mini, HomePod, DeepL und Google Notes. Oder besser gesagt, Good Notes. Und jetzt sollte da mal Ruhe sein mit diesen Push-Dingen. Wir haben schliesslich 4 Uhr morgens. Genau. Google arbeitet angeblich laut einem Tweet vom Kuba, dessen Nachnamen ich jetzt nicht aussprechen kann, an einer AirTag-ähnlichen Lösung. Was soll das sein? Ein kleiner Knubbel mit Lautsprecher, der Töne von sich geben kann. Und via Bluetooth Low Energy dann gefunden werden kann. Sprich, auf der Ultra-Breitband-Technologie soll das Ganze basieren. Also eins zu eins das, was Apple auch macht. Hört auf den Namen Grogu. Ich bin mal gespannt, wann und wie und ob und sowieso das kommen wird bei Google. Und hoffe natürlich, dass die Dinger dann auch ins Apple Home, Apple, helft mir kurz, ins Apple, wo ist Verzeichnis mit reinkommen oder Netzwerk mit reinkommen. Und umgekehrt wäre natürlich auch schön, wenn die AirTags dann bei diesem Google-Ding, aber alles anonym und ihr wisst schon, wie vonstatten gehen könnte. Die schöne neue Welt, alles ist offen und quer durcheinander nutzbar. Lassen wir das träumen und gehen wir zu neuen Apps. Netflix hat ein neues Design ausgerollt. Zumindest für die iPhone-App bekommt ihr, wenn ihr das Update installiert habt, ein neues Design zu Gesicht. Was ist das? Ja, ihr habt einfach Serien und Filmplakate vor euch, die ihr dann antippen könnt und dann schaut alles wieder aus wie früher. Aber zumindest der erste Screen, ich habe es gestern in einem Tweet rausgehauen. Ihr könnt mich verfolgen auf adpokipsi, aber auch drüben bei Mastodon gibt es so einen Link, wo man mich folgen kann. Auch da habe ich gepostet. Wer mag, kann sich das mal anschauen. Mir gefällt es, aber eben der Rest müsste auch noch angepasst werden. Irgendwie passt das nicht mehr ganz zusammen. Und schöne Neuigkeiten gibt es für alle diejenigen unter euch, die Philips Hue Birnen, Leuchtmittel etc. einschaffen möchten. Wer das möchte, sollte es unbedingt vor dem Februar tun, denn ab Februar gehen die Preise stark nach oben. Teilweise bis zu, was hatten wir, 50%. Teilweise sind es 30, 40 Euro. Aber irgendwie, wie gesagt, beim Hue Outdoor Lightstrip zum Beispiel sogar 50% teurer. Ha, diese Beschaffungskrise sollte endlich mal zu Ende gehen und Hue sollte sich wirklich überlegen, ob sie das tun möchten. Weil sie sind nach wie vor immer noch die teuersten auf dem Gebiet. Natürlich der Platz hier schon bei denen, denen alles so relativ sauber funktioniert. Aber dennoch, die Preise haben es in sich. Das muss man sich leisten wollen. Ist die Apple Card, das ist die physische Kreditkarte, welche Goldman Sachs rausgibt, zumindest aktuell in den Staaten, nur ein Verlustgeschäft? Das behauptet zumindest Insider. Bloomberg hat gesagt, dass das Ganze ein Minusgeschäft ist oder ein Minusgeschäft ist für Goldman Sachs. Man hat ein Loch von 1,2 Milliarden Dollar. Wie kommt das zustande? Ja, relativ einfach. Die Kreditkarte von Apple ist natürlich sehr verlockend. Du hast da keine Säumis, keine Jahres- und Auslandgebühren. Du hast keine Extrakosten beim Überschreiten des Limits. Und du hast noch zusätzlich ein Daily Cash oder auf der Funktion Daily Cash 3% Cashback. Und ich glaube sogar mittlerweile Zinsen hatten wir irgendwie mal. Ja, das kostet anscheinend Goldman Sachs pro Nutzenden da draussen 350 US-Dollar. Jetzt könnte man natürlich errechnen, wie viele Apple Cards da so draussen im Schnitt sind. Ich muss hier weiter moderieren, kann das nicht tun. Falls es jemand möchte, darf er das gerne und mich daran antröten, tweeten oder mailen oder was auch immer. Das MacBook Pro. Gestern habe ich es noch als Gerücht so ganz kurz einmal reingeschmissen und schon ist es da. Heute Nachmittag hat Apple gezeigt, das neue MacBook Pro mit dem M2 Pro Prozessor und das neue MacBook Pro mit dem M2 Max Prozessor. Das Äussere bleibt so, wie es ist. Einfach im Inneren kommen bis zu 12 Kerne bei der CPU, bis zu 19 Kerne bei der GPU und 32 Gigabit Unified Memory, also Arbeitsspeicher zum Zuge. Das ist die kleinere Version, die Pro-Version. Bei der Max-Version sind es dann eben 38 GPU-Kerne und 96 Gigabit Unified Memory. Ein riesen Geschoss. Ich hoffe, ich kann sowas mal testen. Es muss nicht unbedingt das Pro Max sein, aber auch das würde ich mir natürlich anschauen möchten. Was ich mir auch anschauen wollen würde, mein Gott, Deutsch wieder mal, ist das neue Mac Mini, was Apple vorgestellt hat. Da haben sie eine M2 und ein M2 Pro vorgestellt. Auch das auf den neuen Prozessor-Linien. Noch nicht auf der 3 mm Nanoprozessor-Schiene, aber dennoch mit viel mehr Leistung, mit deutlich mehr Anschlüssen. Also zumindest beim Mac Mini sind es deren zwei für zwei externe Monitoren. Beim MacBook sind es deren vier für drei externe Monitore und oder einen 8K-Monitor. Und das Schöne ist, preislich finde ich es auch noch recht sympathisch. Es dürfte natürlich immer niedriger sein, aber der Mac Mini geht bei 649 Währungseinheiten los. Es geht dann schon schneller nach oben, wenn ihr ein bisschen mehr reinbuttert. Aber das ist ja logisch, das muss man wissen. Und so ein Gerät erhält ja auch zum Glück ein Weilchen und kann man dann intern abrechnen für sich und sein CFO. Oder ist CFO in? Gibt es eigentlich ein weibliches Wort für CFO in? Ah, weiter gingen die letzten Stunden auch noch ein weiteres Gerät durch die Gerüchte. Im Mai, war es im März 2021? Im März 2021 hat Apple den HomePod, den grossen, eingestellt. Und es gab Tränen. Unter anderem auch bei mir, weil ich hätte so einen Teil mir immer mal gewünscht. Es hatte nur ein zu grosser Widerstand in meinem Portemonnaie. Und der soll jetzt anscheinend zurückkommen. Das hoffe ich, doch ganz schwer, dass sich die Gerüchte rund um Mark Gurman und wer da noch so etwas reingestreut hat, bewahrheitet. Wir werden es sehen. Ja, dann gibt es noch Neuigkeiten zu DeepL, nämlich eine neue App und eine neue Dienstleistung, die sich dann nennt DeepL Write. Das ist ein KI-basierter Schreibassistent, der deine Texte, die du da draussen tippst, optimiert. Dir Vorschläge gibt, dass du zum Beispiel statt quasi prädestiniert oder prädestiniert quasi quasi... Da steht was. Es wird einfach besseres Deutsch geliefert. Eigentlich sollte der noch sprechen können und dann könnte dieses DeepL diesen Podcast übernehmen. Weshalb auch nicht oder nein. Zu guter Letzt haben wir noch GoodNotes, die App, die eigentlich für iOS-Nutzer in letzter Zeit nicht mehr ganz so spannend war. Nicht wegen der App selber, sondern weil sie nicht mehr gross Neuigkeiten gebracht haben. Die schrauben ganz fleissig an der Android- sowie an der Windows-Beta-App. Bei Android gibt sie sie schon, aber bei Windows ist es noch ein sehr frühes Beta. Aber jetzt haben sie eine Neuigkeit mit reingenommen. Neu könnt ihr Audio aufzeichnen während dem Notizen machen. Und das ist der Grund, weshalb ich eine andere Notiz-App immer in Gebrauch hatte, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Weil an Schulungen etc., wo ich war, habe ich dann jeweils einfach die Aufnahme gestartet und mir Notizen gemacht. Und die Notizen waren timecodiert und das ist ein sehr, sehr praktisches Feature, wie ich finde. Also somit, wer sowas nutzen könnte oder möchte, sollte sich mal die App GoodNotes anschauen. Und das war es dann mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ich hatte ein bisschen was für euch mit dabei. Solltet ihr Rückmeldungen fragen oder was auch immer haben, auch Tipps sind natürlich immer gerne gesehen zu neuen Themen, lass es mich wissen über die bekannten Wege. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn du magst, hören wir uns bald wieder hier in diesem Zirkus. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.